Herzlich Willkommen zu einem weiteren Teil des Crashkurses Quantitative Forschungsarbeiten. Wir befinden uns im Abschnitt 4 Methodik und hier im letzten, im fünften Unterabschnitt, im fünften Teil Inferenzstatistik. Zu Beginn möchte ich Ihnen erläutern, was Inferenzstatistik grundsätzlich ist, um dann durch die wichtigsten Verfahren zu gehen. Mit der Inferenzstatistik soll herausgefunden werden, ob gemessene Effekte auch tatsächlich da sind, wenn Sie so wollen. In dem Beispiel rechts dargestellt, ist der Unterschied im Einkommen zwischen Gruppe A und Gruppe B tatsächlich ein Unterschied. Also sind die 2.175 Pfund tatsächlich mehr als 2.100 Pfund. Dieses, was ich jetzt sage, tatsächlich mehr oder es ist wirklich mehr, das hat in der Fachsprache der Wissenschaft bestimmte Worte. Termini, der Terminus ist signifikant. Signifikant bedeutet nicht zufällig. Das heißt, in unserem Beispiel besteht, die Fragestellung ist, besteht ein signifikanter Unterschied im Einkommen zwischen Gruppe A und Gruppe B. Oder anders ausgedrückt ist der Unterschied, den wir gemessen haben, die 70 Pfund Unterschied, sind die nicht zufällig. Sie werden, wenn Sie ein paar Leute befragen, nie exakt die identischen Werte haben. Das heißt, eine leichte Abweichung nach oben oder unten kann zufällig sein. Mit der Inferenzstatistik soll bestimmt werden, ob es nicht zufällig ist, also ob es wirklich einen Unterschied gibt oder ob es wirklich einen Effekt gibt. Signifikant bedeutet nicht zufällig. Wenn etwas nicht signifikant ist, ist es zufällig. Und dann heißt es, es gibt keinen Effekt. Zufälle kann man nicht interpretieren. Um das ein bisschen deutlicher zu machen. Vielleicht erinnern Sie sich, in Teil 3 dieses Kurses, als es um die Forschungsfragen ging, habe ich schon erläutert, dass die quantitative Forschungswelt eine Schwarz-Weiß-Welt ist. Eine Ja-Nein-Welt. Und man kann, muss nicht, man kann dort mit Hypothesen arbeiten. Und grundsätzlich haben wir immer zwei Hypothesen. Die Forschungshypothese H1, die immer aussagt, es liegt ein Effekt vor. In unserem Beispiel wäre die Forschungshypothese, das Einkommen von Gruppe A und B unterscheidet sich. Neben der Forschungshypothese gibt es die Nullhypothese. Die sagt immer, ein Effekt liegt nicht vor. Wie Null, nichts. Und die Schwarz-Weiß-Welt kommt jetzt darin zum Ausdruck, entweder muss H1 gelten, es gibt einen Effekt, oder es muss H0 gelten, es gibt keinen Effekt. Wir wollen gucken, was ist jetzt der Fall? Haben wir H1 oder H0? Haben wir einen Effekt oder haben wir keinen Effekt? Die Logik der Inferenzstatistischen Verfahren läuft so ab, dass die Verfahren versuchen, H0 zu verwerfen. Das heißt, wenn ich sagen kann, mit ausreichender Sicherheit kann ich sagen, H0 gilt nicht, dann muss ja H1 gelten, die Forschungshypothese, in dieser Gegenteils-Schwarz-Weiß-Welt. Also die Logik ist, die Inferenzstatistischen Verfahren versuchen, H0 zu verwerfen. Wenn ich H0 verwerfe, muss meine Forschungshypothese gelten. Und das Ergebnis der Inferenzstatistischen Verfahren ist der P-Value. Der P-Value hat Werte zwischen 0 und 1. Und er sagt aus, der P-Value sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist H0 richtig oder gilt H0, obwohl ich H0 verworfen habe. Also wenn der P-Value 0,05 ist, dann heißt es, wenn ich sage H0 gilt nicht, liege ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% falsch. Sie könnten das umdrehen und sagen, dann liege ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% richtig, dass H1 gilt, also dass ein Effekt vorliegt. Statistisch absolut richtig ist dabei der P-Value sagt aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft H0 zu, obwohl H0 verworfen wurde. Wenn Sie Inferenzstatistische Verfahren anwenden, haben Sie zwei Schritte. Der erste, der betrifft die P-Values. Sie gucken also, gibt es hier einen signifikanten Effekt? Also gibt es hier einen nicht zufälligen Effekt? Allgemein hat sich eingebürgert, dass wenn der P-Value kleiner 0,05 ist, spricht man von einem signifikanten Effekt. Das heißt, wenn der P-Value kleiner 0,05 ist, können Sie es übersetzen, unsere Irrtumswahrscheinlichkeit ist kleiner als 5%, wenn wir sagen, X hat einen Effekt auf Y. Und mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit, mit der wir uns irren, können wir leben. Es gibt noch zwei weitere Stufen. Wenn der P-Value kleiner 0,01 ist, spricht man davon, dass der Effekt hochsignifikant ist. Wenn der P-Value kleiner 0,001 ist, höchstsignifikant. Wenn Sie das umdrehen und Sie einen P-Value von 0,001 haben, dann könnten Sie sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% liege ich richtig, wenn ich sage, Effekt XY liegt vor. Das ist der erste Schritt der Analyse. Gucken, dass der P-Value kleiner 0,05 ist. Wenn das so ist, nur dann haben Sie einen signifikanten Effekt, nur dann haben Sie einen nicht zufälligen Effekt. Dann kommt der zweite Schritt. Dann gucken Sie sich die richtigen Werte, die gemessenen Werte an. Das arthmetische Mittel, die Häufigkeiten und so weiter. Zu gucken, in welche Richtung zeigt denn der Effekt und wie stark ist der. Gehen wir zurück zu unserem Beispiel hier rechts. Wir haben gemessen, Gruppe A hat ein Einkommen von 2.100 Pfund, Gruppe B hat ein Einkommen von 2.170 Pfund. Nehmen wir an, wir haben einen P-Value von 0,00. Gruppe 4 gemessen und dann können wir sagen, Gruppe B verdient signifikant mehr als Gruppe A und mit einer Wahrscheinlichkeit von 4% ist diese Aussage falsch. Also wir haben eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 4%. Damit können wir leben. Das ist die Grundidee der Inferenzstatistik. Jetzt noch eine kleine Wiederholung. Da die Skalenniveaus, die auch schon eingeführt wurden in diesem Crashkurs, von Bedeutung sind. Deshalb hier nur sehr knapp. Sie müssen bei der Inferenzstatistik unterscheiden zwischen kategorialem, also nichtmetrischem Niveau und metrischem Skalenniveau. Sehr vereinfacht. Alles, was Sie lediglich in Schubladen schieben können, wie das Geschlecht zum Beispiel, das ist kategorial oder nichtmetrisch. Allem, dem Sie Zahlen zuordnen können, wie der Körpergröße, den Einkommen oder Ratingskalen, das ist metrisch. Wenn Sie hier noch nicht hundertprozentig sattelfest sind, empfehle ich Ihnen, das entsprechende Video aus diesem Crashkurs noch einmal anzuschauen. Jetzt einen Schritt weiter zu den Inferenzstatistischen Verfahren und dem Überblick darüber. Als erstes, nicht immer, aber in der Regel haben wir immer eine unabhängige Variable und eine abhängige Variable. Man kann das umgangssprachlich so übersetzen. Die unabhängige Variable fängt mit U an, das ist die Ursache. Die abhängige Variable ist die Wirkung. Vielleicht nicht statistisch, auch wieder nicht hundertprozentig exakt ausgedrückt, aber zu merken, unabhängige Variable U wie Ursache, abhängige Variable Wirkung. Die Frage der Inferenzstatistik ist immer, wenn sich die unabhängige Variable ändert, ändert sich dann auch die abhängige Variable. Wenn sich die unabhängige Variable ändert, hat das einen Effekt auf die abhängige Variable. Jetzt kommen die Skalenniveaus ins Spiel. Wir haben bei beiden, bei unabhängiger Variable und abhängiger Variable, können wir nicht metrisches Niveau haben oder metrisches Niveau. Und davon hängt ab, welches Inferenzstatistische Verfahren sie einsetzen. Nehmen wir an, die unabhängige Variable ist nicht metrisch und die abhängige Variable ist auch nicht metrisch. Zum Beispiel haben Männer und Frauen, unabhängige Variable, das Geschlecht, Männer und Frauen, nicht metrisch, haben Männer und Frauen eine unterschiedliche Lieblingsfarbe, blau, grün, rot, was es auch alles gibt. Das ist auch nicht metrisch. Also beide Variable sind nicht metrisch, dann nutzen sie den Chi-Quadrat-Test. Wenn die unabhängige Variable nicht metrisch ist und die abhängige Variable metrisch, dann sind T-Test. Beispiel dafür wäre der Klassiker, haben Männer und Frauen ein unterschiedliches Einkommen. Männer und Frauen, Geschlecht ist nicht metrisch, ich kann es nur in Schubladen stecken, Schublade Männer, Schublade Frauen, das Gehalt, das Einkommen ist metrisch. Also nehmen wir da einen T-Test. Einen T-Test können sie aber nur bei zwei Gruppen, wie Männer und Frauen, anwenden. Wenn sie mehr Gruppen haben, zum Beispiel die Einwohner der 16 Bundesländer Deutschlands, haben die ein unterschiedliches Einkommen. Dann nutzen sie die Varianzanalyse. Das heißt T-Test bei zwei Gruppen, Varianzanalyse bei drei Gruppen oder mehr. Jetzt gibt es auch metrisch als unabhängige Variable und metrisch als abhängige Variable. Wenn sie das haben, nutzen sie die Regressionsanalyse. Ein Beispiel für eine Regressionsanalyse wäre, hat das Werbebudget, unabhängige Variable im Werbebudget, also wie viel Geld investiere ich in Werbung, hat das einen Einfluss auf den Umsatz. Beides metrische Variablen. Dann nutzen sie die Regressionsanalyse. Jetzt eine Besonderheit, Korrelation. Ich kann allein aus Sachlogik, und das ist nur Sachlogik, das kann ich keine Statistikkennzahl sagen, Sachlogik kann ich nicht immer sagen, es gibt eine unabhängige, eine abhängige Variable. Zum Beispiel, wenn jemand einen Fernsehsender gut bewertet, ist es nicht die Ursache dafür, dass er einen anderen Fernseher auch gut bewertet. Aber es kann einen Zusammenhang geben. Das heißt, wenn Sie einen Zusammenhang untersuchen wollen, bei dem Sie nicht so eine Ursache-Wirkung-Relation konstruieren können, aus unabhängiger, abhängiger Variable, dann nutzen Sie die Korrelationsanalyse. Dann gibt es noch weitere Verfahren, die Sie hier sehen. Die sind aber hellblau gestaltet. Das werde ich in diesem Crashkurs nicht behandeln. Hier kann ich Ihnen empfehlen, einen anderen Kompaktkurs, in dem es sehr viel differenzierter um die Verfahren geht, sich anzuschauen. Da ist Statistik und A-Kompaktkurs. Da lernen Sie auch, wie Sie die Verfahren in A umsetzen, in der Programmierung und der Auswertung konkret. Diese Folie ist aber ziemlich wichtig, da Sie hier sehen, wann wenden Sie welches Verfahren an. Jetzt als erstes zum Chi-Quadrat-Test. Und den möchte ich etwas ausführlicher erläutern, um hoffentlich ein Gefühl, ein Gefühl soll es nicht sein, ein tieferes Verständnis für die Inferenzstatistik zu vermitteln. Was macht der Chi-Quadrat-Test? Er guckt, ob zwei kategoriale Variablen miteinander zusammenhängen. Wie das Beispiel haben Männer und Frauen eine unterschiedliche Lieblingsfarbe. Vorgehen ist wie immer schon in der Einführung oder im Anfang dieses Teils gesagt. Sie gucken sich den Pi-Value an. Wenn er kleiner 0,05 ist, gibt es einen signifikanten Effekt. Dann wollen Sie natürlich auch wissen, wie sieht der denn aus? Also ist der nächste Schritt, Sie gucken sich die Häufigkeiten an. Gehen wir zurück zu dem Beispiel, haben Männer und Frauen eine unterschiedliche Lieblingsfarbe. Wenn Sie herausfinden, der Pi-Value ist kleiner, 0,05, dann haben Sie eine unterschiedliche Lieblingsfarbe. Aber dann wollen Sie ja auch noch wissen, welche Farbe finden jetzt Frauen besser und welche Farbe finden jetzt Männer besser. Das heißt, Pi-Value erster Schritt, zweiter Schritt die Häufigkeiten ankommen. Und wie der Chi-Quadrat-Test konkret abläuft, will ich Ihnen jetzt zeigen. Nehmen Sie genau das Beispiel an. Wir haben Männer und Frauen und wenn wir mal gucken, haben die eine unterschiedliche Lieblingsfarbe. Um die Welt für das Beispiel einfacher zu machen, gibt es beim Geschlecht nur Männer und Frauen hier und es gibt nur zwei Farben, Blau und Rot. Nehmen Sie an, wir haben 100 Leute befragt, 50 davon waren Männer, 50 Frauen und 50 der Befragten haben gesagt, Blau ist meine Lieblingsfarbe. 50 haben gesagt, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Wenn Sie sich erinnern, die inferenzstatistischen Verfahren versuchen H0, also es gibt keinen Unterschied, es gibt keinen Effekt, die H0-Hypothese zu verwerfen. Also guckt sich der Chi-Quadrat-Test an, wie müsste denn die Verteilung aussehen, wenn es perfekte Gleichheit gäbe, wenn es überhaupt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Lieblingsfarbe gäbe. Das kann man berechnen mit Spaltensumme mal Zeilensumme durch Merkmalsträger, aber in dem Beispiel wird wahrscheinlich intuitiv klar, wenn es keinerlei Unterschied geben würde zwischen Männern und Frauen, bei der Lieblingsfarbe müsste in jeder Zelle 25 stehen. 25 Männer sagen, Blau ist meine Lieblingsfarbe, 25 Männer sagen Rot, genauso bei den Frauen, 25 Frauen sagen Blau und 25 Frauen sagen Rot ist meine Lieblingsfarbe. Das ist der erwartete Wert, wenn es keinerlei Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Lieblingsfarbe gäbe. Jetzt nehmen wir an, aber wir haben gemessen, und wir nehmen dabei an, wir haben gemessen, 15 Männer sagen Blau finde ich am besten, 35 sagen Rot finde ich am besten. Bei den Frauen ist es umgekehrt, 35 Frauen sagen Blau ist meine Lieblingsfarbe und 15 sagen Rot ist meine Lieblingsfarbe. In dem Beispiel würden Sie ein P-Value von 0,0001447 herauskriegen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Männer und Frauen haben eine unterschiedliche Lieblingsfarbe, liegen Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01447% falsch. Diese Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass Sie sagen können Happy Days. Ich konnte zeigen, dass Männer und Frauen eine unterschiedliche Lieblingsfarbe haben. Sie können das auch ein bisschen anders sich vorstellen. Was macht der Chi-Quadrat-Test? Er guckt, ob die gemessenen Werte weit genug weg von den erwarteten Werten sind, bei denen es keinerlei Unterschied gäbe. Hier sind sie weit genug weg, sodass man sagen kann, der Unterschied ist nicht zufällig oder in der statistischen Sprache der Unterschied ist signifikant. Wenn wir dieses Beispiel ein bisschen verändern, nehmen wir wieder an. 100 Befragte, 50 sagen Blau ist meine Lieblingsfarbe, 50 Rot, 50 Männer, 50 Frauen. Das heißt, Erwartungswert ist natürlich auch wieder 25 in jeder Zelle. Das heißt, wenn es keinerlei Unterschied gäbe, hätten wir überall 25. Wenn wir jetzt gemessen hätten, 24 Männer sagen Blau, 24 Männer sagen Rot, bei Frauen umgekehrt, 26 Männer sagen Blau, äh, 26 Frauen sagen Blau und 26 Frauen sagen Rot, hätten wir ein P-Value von 0,8415. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen würden, Männer und Frauen haben eine unterschiedliche Lieblingsfarbe, würden Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 84,15% falsch liegen. Die Wahrscheinlichkeit ist zu hoch, das heißt, der Effekt ist zufällig. Sie können ja auch sehen, die gemessenen Werte, 24 zu 25 oder 26 zu 25, die gemessenen Werte sind zu nah an den erwarteten Werten, bei denen es keinerlei Unterschied gibt, dementsprechend, das Ganze ist nicht signifikant. Nach diesem Prinzip funktionieren funktionieren alle inferenzstatistischen Verfahren. Dementsprechend werde ich die meisten Verfahren nicht im letzten Detail darstellen, sondern Ihnen lediglich einen Steckbrief geben, einen Überblick, was machen die Verfahren. Und damit zum T-Test. Der T-Test schaut sich an, ob zwischen zwei Gruppen ein signifikanter Unterschied bei einer metrischen Variable besteht. Also, zum Beispiel haben Männer und Frauen ein unterschiedliches Einkommen. Männer und Frauen, nicht-metrische Variable, zwei Gruppen, Einkommen, metrische Variable, T-Test. Das Vorgehen ist, wie immer, wie auch beim Chi-Quadrat-Test, Sie gucken sich an, ob der Pi-Value kleiner als 0,05 ist. Wenn ja, es gibt einen signifikanten Unterschied. Dann wollen Sie noch gucken, in dem Beispiel Männer, Frauen und Einkommen, wer verdient Ihnen jetzt mehr? Sind es die Männer oder die Frauen? Also gucken Sie sich im nächsten Schritt, wenn es signifikant ist, die Mittelwerte an und können dann sagen, entweder Männer verdienen mehr als Frauen oder Frauen verdienen mehr als Männer. Das ist der häufigste Test, der T-Test bei zwei Gruppen. Den nennt man T-Test bei unabhängigen Stichproben. Es gibt noch zwei Variationen, die selten in der Forschung vorkommen, die ich aber erwähnen möchte. Es gibt auch den T-Test bei abhängigen Stichproben. Das heißt, dieselben Personen werden befragt, also vorher, nachher Messung. Zum Beispiel, man misst den Intelligenzquotienten von Grundschülern, wenn sie eingeschult werden und wenn sie in der vierten Klasse die Grundschule verlassen und hofft natürlich, dass sie schlauer geworden sind. Also dieselbe Strichprobe, bei der selben Stichprobe, selbe Gruppe, man misst sowas wie vorher, nachher innerhalb derselben Person. Und das Letzte ist der Einstichproben-Test. Dort vergleicht man ein metrisches Merkmal in einer Gruppe mit einem festen vorgegebenen Wert. Zum Beispiel, ich nehme an, dass Fußballspieler ein Durchschnittsalter von 30 Jahren haben. Dann messe ich das Alter von einem Fußballspielern und vergleiche, ob die Messung mit 30 Jahren übereinstimmt oder sich von den 30 Jahren unterscheidet. Aber nochmal, am verbreitetsten ist der Zwei-Stichproben-Test oder T-Test bei unabhängigen Stichproben. Ich gucke mir an, zwei Stichproben sich bei einem, zwei Gruppen sich bei einem metrischen Merkmal voneinander unterscheiden. Zum nächsten Verfahren. Der Varianzanalyse auf Englisch Analysis of Variances. Deshalb finden Sie häufig auch die Abkürzung ANOVA. Die ANOVA ist wie der T-Test. Nur, dass wir mehr als zwei Stichproben oder mehr als zwei Gruppen haben. Also, zum Beispiel hier unten haben die Bewohner von Norddeutschland, Zentraldeutschland und Süddeutschland ein unabhängiges Einkommen. Das ist hier die einfachste Darstellung der ANOVA. Für die Praxis ein Hinweis, die ANOVA ist sehr viel komplizierter und sehr viel anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick erscheinen lässt. Dementsprechend empfehle ich Ihnen, wann immer Sie es vermeiden können, vermeiden Sie die ANOVA, sondern gucken, dass Sie einen T-Test machen können und nur zwei Gruppen haben, die Sie vergleichen. Experimentalforschung in mehreren Gruppen oder auch sonstige Vergleiche in Querschnittsuntersuchungen mit der Varianzanalyse, da müssen Sie etwas genauer hingucken. Also Empfehlung, wenn es geht, vermeiden Sie es. Wenn nicht, dann müssen Sie es machen. Sie müssen mehr machen, als ich hier Ihnen in diesem Überblick nur gebe. Das nächste Verfahren, die Korrelation, und hier etwas genauer, um die Korrelationen zu erläutern. Die Korrelation untersucht einen Zusammenhang zwischen zwei metrischen Variablen. Wir können aber nicht sagen, dass es eine unabhängige und eine abhängige Variable gibt. Also wir können keine Ursache-Wirkungsrelationen konstruieren, sondern können nur sagen, die Variablen hängen zusammen. Aber wer der Einflussgeber ist und wer abhängig ist, das können wir nicht sagen. Vorgehen ist hier wie immer P-Value, wenn er kleiner 0,05 ist, es gibt einen signifikanten Zusammenhang. Wenn er nicht kleiner ist, es gibt keinen signifikanten Zusammenhang und alles weitere interessiert uns im Grunde nicht. Wenn es aber einen signifikanten Zusammenhang gibt, schauen wir uns den Korrelationskoeffizienten an. Der Korrelationskoeffizient sagt, wie stark ist der Zusammenhang und in welche Richtung zeigt er. Dementsprechend, welche Richtung zeigt er. Erst einmal, das werde ich gleich noch genauer erklären den Korrelationskoeffizienten, aber hier erst der Überblick. Der Korrelationskoeffizient kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. 0 bedeutet, es gibt keinen Zusammenhang. 1 bedeutet, es gibt einen perfekten Zusammenhang. Die Werte dazwischen stufen sich natürlich ab. Und es gibt verschiedene Tabellen. Ich habe hier eine genommen. Es hängt aber sehr vom Forschungsprojekt ab, wie Sie das interpretieren. Also nicht das hier als ein steingemeißeltes Gesetz sehen. So kann man sagen, zwischen 0,2 und 0,5 ist eine geringe Korrelation. Zwischen 0,5 und 0,7 eine mittlere und von 0,7 bis 1 ist eine hohe Korrelation. Noch einmal wichtig, aufs Forschungsprojekt achten, ob Sie da hoch, mittel, niedrig, wie Sie das interpretieren. Wichtig ist sich zu merken, 0 kein Zusammenhang, 1 perfekter Zusammenhang. Je näher an 1, desto stärker der Zusammenhang und die Korrelation, je näher an 0, desto schwächer. Jetzt können Sie sich das so vorstellen, dass die Welt aber nicht nur aus Freunden besteht, sondern auch aus Feinden, aus Menschen, die man nicht mag. Das ist bei der Korrelation genauso. Es gibt einen gleichgerichteten Zusammenhang, da der Korrelationskoeffizient Werte zwischen 0 und 1 gehen beide in die gleiche Richtung. Aber man hat ja nicht nur Freunde in der Welt. Es gibt auch einen entgegengesetzten Zusammenhang, dann ist der Korrelationskoeffizient zwischen minus 1 und 1, äh, minus 1 und 0. Zwischen minus 1 und 0 ist ein entgegengesetzter Zusammenhang. Sie können es so vorstellen, beim positiven Korrelationskoeffizienten ist es wie mit einem Freund, mit dem Sie nach der Arbeit, nach der Schule, nach der Uni nach Hause gehen. Da gehen Sie einen gemeinsamen Weg. Wenn da aber einer ist, den Sie nicht wirklich mögen, sie mögen sich gegenseitig nicht, dann gehen Sie unterschiedliche Wege in eine entgegengesetzte Richtung. Dann ist ein negativer Korrelationskoeffizient. Und wie sich dieser Korrelationskoeffizient bestimmt, das will ich Ihnen jetzt noch etwas genauer darstellen. Nehmen Sie hier an, wir haben zwei Fernsehsender. x, beispielsweise Sat.1 und yRTL. Wenn wir mal gucken, gibt es einen Zusammenhang bei der Bewertung von x Sat.1 und yRTL. Das heißt, wenn jemand x Sat.1 gut bewertet, bewertet er dann auch yRTL gut. Wir können Ihnen nicht sagen, weil jemand Sat.1 gut findet, deshalb findet er RTL gut. Wir können nur gucken, könnte es einen Zusammenhang geben. Nehmen wir an, wir haben zwei Befragte, um es einfacher zu machen. Der eine Befragte sagt, hier oben rechts, x Sat.1, Super Sender. Bombe. Und der sagt auch, RTL auf der y-Achse, Super Sender. Grandios. Der andere Befragte sagt, Sat.1, absolute Schrott. Und auf der y-Achse, RTL, absolute Schrott. Da kann man schon sehen, da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Die Welt ist ja nicht so einfach mit vielen Zahlen, deshalb wollen wir ja den Korrelationskoeffizienten berechnen. Dementsprechend nehmen wir als erstes die Mittelwerte. Hier würde der Mittelwert von allen Bewertungen von y liegen, also von RTL. Was haben die beiden Befragten im arithmetischen Mittel zu RTL gesagt? x, der Mittelwert x, ist, was haben alle Befragten, unsere beiden hier, zu Sat.1x im Durchschnitt gesagt. Jetzt gucken wir uns die Abweichung davon an und berechnen die Kovarianz. Die Kovarianz berechnet sich durch die gemessenen x-Werte, das xy, xy ist immer der gemessene Wert, xy minus x-Durchschnitt mal yy minus y-Durchschnitt. Also wir würden hier für jeden Befragten ausrechnen, xy minus x-Durchschnitt, die x, in unserem Beispiel Sat.1-Werte, und bei y die RTL-Werte, yi minus y-Durchschnitt. Das gleiche natürlich auch für den anderen Befragten. Und das werden wir alles summieren und durch die Anzahl teilen. Dann hätten wir die Kovarianz. Die Kovarianz kann aber Werte annehmen, da haben sie kein Maß. Das kann über alle Dimensionen hinausgehen, die Range vollkommen hinaus. Das heißt, die können sie kaum interpretieren. Die wollen wir wieder skalieren oder normieren, die Kovarianz. Da, wenn Sie ein voriges Video gesehen haben, da habe ich die Varianz erklärt. Die kommt jetzt wieder ins Spiel. Die Varianz ist die Streuung einer Variablen. Während die Kovarianz die gemeinsame Streuung von zwei Variablen ist, ist die Varianz die Streuung einer Variablen. Jetzt ist die Idee, die gemeinsame Streuung, die Kovarianz, durch die Varianz, die gesamte Streuung, zu teilen. Das heißt, ich teile die gemeinsame Streuung der beiden Variablen durch die gesamte Streuung, durch die beiden Varianzen. Dann habe ich den Wert zwischen 0 und 1. Damit habe ich es wieder normiert und bin der Skal zwischen 0 und 1 und kann sagen, je näher an 0, desto geringer der Zusammenhang, je näher an 1, desto größer der Zusammenhang. Sie können das auch anders ausdrücken, metaphorisch eine richtige Welt. Die Kovarianz sagt, inwieweit die beiden Variablen gemeinsam durch die Welt gehen. Die Variant sagt, wie groß ist die Welt insgesamt. Dann heißt die gemeinsame Teil der Welt, geteile ich die gesamte Welt. Das ist der Korrelationskoeffizient. Ein Hinweis hier, das fällt mir gerade auf und das bitte ich zum Schuldigen. In der Formel ist ein kleiner Fehler. Varianz x mal Varianz y, daraus muss noch die Wurzel gezogen werden. Hier müssten Sie sich noch an Wurzelzeichen denken. Soweit zum Korrelationskoeffizienten, der positive Werte hat. Hier ist der Korrelationskoeffizient positiv. Ich hatte aber schon angedeutet, es gibt doch einen negativen Korrelationskoeffizienten, also einen entgegengesetzten Zusammenhang. Stellen Sie sich hier übertrieben vor, Sie haben jetzt nicht mehr Sat.1 und RTL, sondern RTL2x und Arte y. Also gehen wir voll in die Stereotype. Sie haben hier zwei Befragte wieder gemessen. Der eine sagt, RTL2, super handfestes Fernsehen, Unterhaltung aus dem Leben gegriffen, fantastisch, das finde ich super. Arte, das ist absoluter Kultursnobismus, wenn ich schon die abgehobenen Leute da auf Französisch reden höre, Schrott mag ich nicht. Das heißt, RTL2 super, Arte, Mist. Jetzt stellen Sie sich so einen intellektuellen Kultursnob, stereotypisch wieder plakativ vor, der sagt, Arte, uhlala, fantastisch, die letzte Buchbesprechung, super. Aber RTL2, Unterklassefernsehen, das ist plumpe Unterhaltung, das finde ich Schrott. Das heißt, wenn jemand Arte super findet, findet der RTL2 nicht gut. Wenn jemand RTL2 super findet, findet der Arte nicht gut. Dann würde der Korrelationskoeffizient Werte kleiner 1, also negative Werte annehmen. Als letztes Verfahren nun noch die Regression. Bei der Regression untersucht man, ob eine metrische Variable einen Einfluss auf eine andere metrische Variable hat. Das wäre eine Einfachregression. Man kann aber auch untersuchen, ob mehrere metrische Variablen einen Einfluss auf eine abhängige metrische Variable haben. Das ist dann eine multiple Regression. Das Prinzip ist identisch, dementsprechend, um es grafisch darzustellen, will ich es Ihnen anhand der Einfachregression erklären. Vielleicht können Sie sich daran an der Schule erinnern, wahrscheinlich war es Kurvendiskussion oder sowas. Ihr Ergebnis soll etwas sein, was Sie hier rechts in der Grafik sehen. Sie wollen zu einer Formel kommen, die lautet y gleich a plus b mal x. y ist die unabhängige Variable, die von der, ist die Abschuldigung, y ist die abhängige Variable, die von der unabhängigen Variable x beeinflusst wird. a ist der y-Achsenabschnitt. Wo schneidet diese Gerade die y-Achse? und b ist die Steigung der Gerade. Das ist unser Ziel, diese, diese Gerade zu bestimmen, dieses Modell. Beispiel könnte sein, schon genannt, inwieweit beeinflusst das Werbebudget x den Umsatz y? Und was die statistischen Verfahren hier machen, oder was die Regressionsanalyse hier macht, ist, sie haben die ganzen gemessenen Punkte, die hier eingezeichnet sind. Sie können es so vorstellen, im Verfahren sitzt ein kleiner Homunculus, kleine Gestalt, die durch diese Punkte im Geodreieck eine Linie zieht, die möglichst nah an allen Punkten liegt. Natürlich sitzt da keine kleine Figur, die im Geodreieck ausmisst, sondern es wird berechnet. Aber im Endeffekt das Ergebnis, zwischen, durch die ganzen Punkte, durch diese Punktewolke, wird eine Gerade gelegt, die möglichst nah an allen Punkten liegt. Diese Gerade hat dann die Formel y gleich a plus b mal x. y ist die abhängige Variable, wenn Sie wollen, die Wirkung, und x ist die unabhängige Variable, also die Ursache, wenn Sie das so übersetzen wollen. Nochmal unser Beispiel, x, Werbebudget, welchen Einfluss hat das Werbebudget, auf y, den Umsatz. Was müssen Sie nun in Ihrer Analyse machen? Wie immer, Sie gucken sich zuerst den Pi-Value an. Wenn der Pi-Value kleiner 0,05 ist, Happy Days, x hat einen signifikanten Einfluss auf y. Der nächste Schritt ist, Sie schauen sich den Regressionskoeffizienten b an. Der Regressionskoeffizient sagt Ihnen, wie stark der Einfluss von x auf y ist. Sie können das so übersetzen. Wenn x um eine Einheit steigt, sagt Ihnen b, um wie viel y steigen wird. Es ist ja die Steigung der Regressionsgrade. Aber schreiben Sie das niemals so in eine Forschungsarbeit. Das wäre mehr als ungewöhnlich. Nachdem Sie sich den Pi-Value angeschaut haben und den Regressionskoeffizienten, müssen Sie bei der Regressionsanalyse einen Extraschritt machen. Das ist eine kleine Besonderheit. Sie müssen sich r², zu deutsch, das Bestimmtheitsmaß anschauen. Und das Bestimmtheitsmaß sagt Ihnen, wie hoch der Erklärungsgehalt Ihres Modells ist. Sie haben ja mit der Regressionsgrade ein Modell entwickelt. Also ein vereinfachtes Abbild der Welt. Die Welt sind in diesem Fall alle gemessenen einzelnen Punkte. Und wenn wir die Welt vollständig erfassen wollten, müssten wir uns jeden Punkt einzeln anschauen. Um es zu verstehen, haben wir die Welt vereinfacht und unsere Regressionsmodelle aufgestellt y gleich a plus b mal x. Das heißt aber auch, wenn wir die Welt vereinfachen, können wir nur einen bestimmten Teil dieser Welt erklären. Und welchen Teil wir erklären können, das sagt r², zu deutsch das Bestimmtheitsmaß. r² kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Je näher sie Richtung 1 gehen, desto höher ist der Erklärungsgehalt. Statistisch richtig definiert ist r² der Anteil der Varianz der abhängigen Variable, den die unabhängigen Variablen erklären können. Abschließend hier noch einen Hinweis. ähnlich wie bei der Korrelation können die Regressionskoeffizienten positive und negative Werte annehmen. Das heißt, beim positiven Regressionskoeffizienten, wenn x steigt, dann steigt auch y. Beim negativen Regressionskoeffizienten, wenn x steigt, dann fällt y. Soweit zu den inferenzstatistischen Verfahren und im nächsten Video wird es dann darum gehen, welche und wie sie ihre Ergebnisse in ihrer Forschungsarbeit darstellen. Geressionskoeffizienten,